Spieleanteil 4 und Spielcode 222. Bluetooth-Fehler. Achso, ja klar, ist auch nicht an. 3, 2, 1, los. Bis später. So, Ingo ist jetzt unterwegs. Die grobe Richtung wissen wir, aber was jetzt kommt, keine Ahnung. So, gleich kriegen wir meine Ortung. Ich warte hier jetzt einfach noch. Die Ortung, da hinten. Benji, du da lang, wir laufen da lang. So, jetzt los. Komm bitte, los, komm, komm. Wo ist der Lackstuhl, Mann? Ja, ich dachte, du bist da. Ich bin nicht da oben. Scheiße, hier ist deine letzte Position. Stefan, wo lang? Ich glaube eher da lang. Da oben lang, oder? Wie ist da oben? Ich glaube da oben. Ich bin eigentlich noch hier oben. Jetzt hat's auch falsch. Scheiße. Benji, schau dir sofort da ran. Boah, scheiße. Gleich schon wieder in die nächste Ortung. Aber wenn sie da unten sind, dann kommen sie hier eh nicht hoch. Das gibt's doch gar nicht. Wie steht's hier vor Kaufland? Imo scheint irgendwo da oben über den Ball gelaufen zu sein. Der verarscht uns voll. Und vor allen Dingen, wo sind die anderen? Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Der ist bestimmt immer in den Ball gelaufen. Wir sind auf jeden Fall da lang. Hier, wenn du da guckst. Warte mal. Da ist Süden, da ist Norden. Und die sind da lang. Wir sollten auf jeden Fall in die Richtung laufen. Komm her. So, nächste Ortung. Von hier kann ich in alle Richtungen abhauen. Mal gucken wir erfolgreich die anderen an. Zurück zum Start. Mal gucken wir, wenn sie nicht in den cosmetics guten metabolic einschauen. Ja. Hallo, was sagst du dazu, zu der letzten Fast-Tot-Sache? Ich kann nicht mehr. Gut. Und, was denkst du dagegen zu tun? Wo ist sie denn irgendwo abgehauen? Weiß ich nicht. Aber hat Spaß gemacht.